BR 2020 Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Heidi. Schau mal, was ich dabei hab. Milch und Brot. Und ich hab den Käse. Und Walnüsse noch vom letzten Herbst. Angriff! Hey! Willst du mir helfen oder nicht? Lass uns zu Großvater gehen. Er kann uns bestimmt helfen. Wir finden eine Lösung, das verspreche ich dir. Und was ist, wenn ich die Hilfe deines Großvaters nicht will? Wir müssen das alleine schaffen, Heidi. Das sind für den Baumhaus schuldig. Und uns selbst. Verstehst du das nicht? Wozu hast du den Baumhaus geleistet, wenn du es nicht verteidigen willst? Heidi? Heidi! Wollen wir nicht lieber ins Dörfli gehen und bei mir im Hof spielen? Dieser Gestank ist doch nicht zum Aushalten. Wir können die Festung nicht verlassen. Wir müssen unsere Stellung halten. Kahn! Da ist er! Das! Was? Und das! Ah! Ah! Was ist das? Er bewirft uns mit Ziegenmist. Dieser kleine Halunke. Na, wie findet ihr das? Lass das sein! Entdeckung, Willi! Seid ihr sicher, dass ihr noch länger bleiben wollt? Peter! 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 Hä? Du willst mir also doch helfen! Ein Bär! Peter! Schnell! Wir müssen hier weg! Ich hab einen Bär gesehen! Gleich dahinten! Wirklich? Ein Bär? Ja, ganz sicher. Ich wollte zu dir und dann stand er plötzlich da. Wir müssen hier weg, bitte! Aber Heidi! Das kann nicht sein! In unserer Gegend gibt es doch überhaupt keine Bären! Ich will hier weg! Das kommt von da hinten! Lasst uns in die andere Richtung laufen! Was? Allmui? Achtung! Da kommt ein Bär! Wir müssen schnell... Großvater ist ein guter Schauspieler. Ja, das stimmt allerdings. Das war Heidi's Idee! Was hab ich gesagt? Alles nur ein blöder Trick. Jetzt gehen Sie zurück ins Baumhaus! Nicht, wenn wir vor ihm da sind. Ja, schnell! Heidi, los! Schnell! Was ist denn? Oh nein!